Hallo, ich bin der Marco und ich war jetzt drei Tage hier bei METER in Istanbul und ich bin super zufrieden mit der Behandlung. Es waren alle super freundlich mit dem Dolmetscher. Das hat alles einwandfrei funktioniert und ja, super tolleistig würde ich sagen und ich bin absolut zufrieden, kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung hier und wie es abgelaufen ist und ich würde es jederzeit weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.